Es regnete immer noch. Tiefe Pfützen, die sich im ausgetretenen Asphalt gebildet hatten, umging ich geschickt. Der Regen auf meinem Gesicht hatte dieselbe Intensität wie das Wasser beim Duschen zuvor. Manche Tropfen fühlten sich sogar heiß an, als ob kleine Feuerfunken oder Stromschläge mein Gesicht berühren würden. Mein letzter Arztbesuch lag drei Jahre zurück. Damals hatte ich eine Entzündung an der Platine, von der noch die Salbe übrig war. Der Arztbesuch damals dauerte ganze fünf Minuten. Der Doc untersuchte die Platine kurz und verschrieb mir die Salbe. Nach zwei Tagen war die Entzündung wieder verheilt und ich hoffte, dieser Arztbesuch würde ebenso verlaufen. Vor wenigen Wochen noch hätte ich nicht links und nicht rechts geschaut. Ich hätte einfach mechanisch ein Bein vor das andere gesetzt und nicht das Geringste wahrgenommen. Doch diesmal war es anders. Beim Gehen betrachtete ich die Wohnblocks der gegenüberliegenden Seite. In keiner Wohnung brannte Licht, alle hingen am Netz oder waren Arbeiten. Die Häuser waren so konzipiert, dass möglichst viele Menschen darin Platz hatten. Die Gedanken durchbrachen wieder mein Bewusstsein. Du selbst lebst in einem solchen Käfig, Moses. Mir wurden die Gedanken unangenehm und ich begann, mich unsicher zu fühlen, als ob jemand hinter mir herlaufen würde oder mich beobachtet. Ich ging schneller. Nach weiteren fünf Minuten hatte ich den Arzt erreicht. Er hatte seine Praxis in einem der besseren Wohnblöcke. Hier waren die Wohnungen geräumiger und es gab in jedem Apartment eine Dusche. In den kleineren Varianten gab es nur Waschbecken. Doch das reichte den meisten Menschen. Wasser konnte man auch in der Machine spüren und man kam mit keinen Bakterien in Kontakt. Ich musste mich mit einem Fingerabdruck identifizieren und die Tür öffnete sich. Der Aufzug brachte mich in die dritte Etage, in der sich die Praxis des Arztes befand. Auch die Praxistür erforderte das Fingerritual. Sie öffnete sich und ich trat ein. Ein Beratungsbot wies mich an, mich in das Wartezimmer zu begeben. Auch die Tür des Wartezimmers öffnete sich automatisch. Als ich eintrat, saß auf der linken Seite ein Mann um die 50. Er starrte an die gegenüberliegende weiße Wand und bewegte sich nicht. Er schien ganz in seiner eigenen Welt zu sein. Ich setzte mich auf die Kopfseite, damit ich die Tür im Blick hatte. Nichts an dieser Situation hätte ich früher seltsam gefunden. Ich hätte mich genauso hingesetzt wie dieser Mann, hätte gewartet, bis ich aufgerufen wurde und wäre dann wie ein Roboter in die Sprechstunde des Arztes gegangen, hätte mir angehört, was dieser zu sagen hat, um möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen. Ich war nervös und wäre am liebsten wieder sofort aus dem Wartezimmer geflohen. Alles in mir schrie nach Bewegung und es gelang mir nicht wirklich, ruhig zu sitzen, veränderte oft meine Sitzposition und hoffte, der Mann würde es nicht bemerken. Er saß weiterhin wie tot auf seinem Stuhl, bis er aufgerufen wurde. Dann war ich allein im Zimmer, was sich um einiges besser anfühlte. Der Raum war ganz in weiß gehalten und außer den grünen, unbequemen Stühlen gab es hier nichts. Auch wenn ich alleine war, versuchte ich ruhig zu bleiben, denn Überwachungskameras gab es überall. Wie konnte ich früher in solchen Situationen ruhig bleiben? Wie habe ich es geschafft, die Wirklichkeit so auszublenden, dass ich von meiner Umgebung nichts wahrnahm? Doch ich entschied, diesen Fragen nicht weiter Aufmerksamkeit zu schenken, denn ich hatte ein wenig Angst vor den Folgen. Ich würde das Denken wieder auf zu Hause verschieben, wenn ich mich für die Zentrale eingeloggt hatte und alles wieder in Ordnung war. Ich erschrak, als ich aufgerufen wurde und dachte noch einmal schnell darüber nach, was ich dem Arzt erzählen würde. Auch in dem Behandlungstimmer stand nichts anderes als ein Schreibtisch und zwei Stühle. Hinter dem Schreibtisch saß der Arzt und vor dem Schreibtisch sollte ich Platz nehmen. Der Arzt war Chinese, sehr klein und hatte kaum Haare auf dem Kopf. Setzen Sie sich, befahl er mir. Was würdest du mehr? Meine Platine ist nicht ganz in Ordnung, sie juckt und brennt fürchterlich und ich kann mich nicht mehr einloggen, sagte ich wahrheitsgetreu. Dann lasst Sie mal sehen. Setzen Sie sich hin und nehmen Sie ein T-Shirt. Der Chinese kam auf meine Seite des Tisches und betrachtete die Platine. Was eine typische Reaktion des Gewebes, wenn die Platine längerer Zeit nicht genutzt wird. Sollte ich hier irgendetwas wissen? Ich habe sie zwei Wochen nicht mehr benutzt, weil sie so schrecklich gejuckt hat, log ich diesmal und hatte das Gefühl, der Arzt würde alles über mich wissen. Na dann, ich werde Ihnen eine Salbe verschreiben und heute Abend möchte ich wieder einloggen können, was Sie auch schlecht tun sollten. Die Maschine ist gut für Sie. Danke. Ich nahm meine Salbe aus dem Schrank und drückte sie mir in die Hand. Und loggen Sie sich wieder ein, hören Sie? Ja, werde ich sofort heute Abend tun. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich nicht, sagte ich und verließ den Raum. Auf der Straße bemerkte ich erst, wie schnell mein Herz wieder schlug und wie mir der kalte Schweiß auf der Stirn stand. Ich war mir nicht sicher, ob der Arzt diese Symptome überhaupt bemerkt hatte, denn er schien mir genauso abwesend gewesen zu sein, wie der Mann im Wartezimmer. Ähnlich abwesend, wie ich es vor einiger Zeit noch war. Doch jetzt war alles anders. Ich nahm meine Umgebung wahr und fühlte mich seltsam wach. Auch wenn es sich ungewohnt anfühlte, sein Herz schlagen zu hören und aus allen Poren zu schwitzen, ich fand es spannender als alles andere zuvor. Ich ließ mir auf dem Heimweg etwas mehr Zeit und sog alles, was ich sehen konnte, in mich ein. Die Wohnblöcke in ihren verschiedenen Farben, die Straße mit dem brüchigen Asphalt, der Nieselregen auf meiner Haut, der Gestank, der aus den Mülltonnen drang, der Wind, der mit meinen Haaren spielte. Das alles war faszinierend. Das kannst du immer fühlen, Moses, wenn du nur willst. Durch die ständig tanzenden Gedankenfetzen wurde mir eines klar. Die Machine war daran schuld, dass wir uns von der Realität, von der wirklichen Welt abgewandt hatten und sie verkommen ließen. Nicht mehr wussten, wie es ist, wirkliche Schmerzen und wirkliche Gefühle zu haben. Wie tot liefen wir alle durch die Straßen und waren süchtig nach den Erfahrungen aus dem Programm, nach den Erfahrungen aus zweiter Hand. Die Worte, die ich jetzt fähig war zu denken, wo kamen sie nur her? Ich dachte über Gefühle nach, gebrauchte Worte in meinem Kopf, deren Sinn ich gar nicht verstand. Süchtig nach etwas zu sein, Schmerzen zu spüren, all das war faszinierend. Ich wollte mich nicht mehr einloggen. Mir wurde immer noch ganz schlecht bei dem Gedanken an die Machine und ich war mir sicher, Marie hatte genauso gefühlt. Ich konnte sie nur nicht verstehen, wie schrecklich allein sie sich gefühlt haben muss, als sie neben mir, einem Toten, in der Wohnung saß und über all diesen nachdachte. Als ich meine Wohnung betrat, überkam ich wieder die Leere. Meine Gedanken verstummten und ich wusste, was ich zu tun hatte. Widerwillig trug ich diese Albe auf und verband mich mit dem Machine. Er schmerzte kurz und dann startete ich das Programm. Widerwillig trug ich diese Albe auf und verband mich mit dem Machine. Widerwillig trug ich diese Albe auf und verband mich mit dem Machine. Widerwillig trug ich diese Albe auf und verband mich mit dem Machine. Widerwillig trug ich diese Albe auf und verband mich mit dem Machine. Untertitelung des ZDF, 2020